Wir vom AWS rüsten den Abbiegeassistent nach. Insgesamt haben wir 25 Fahrzeuge, die mit Abbiegeassistent ausgestattet werden sollen. Und wie es funktioniert, können wir jetzt gleich mal anschauen. Natürlich haben wir in einem LKW auch einen großen, toten Winkelradius. Da passen 40 Menschen rein. Der Abbiegeassistent wird aktiviert, sobald wir rechts einschlagen. Jetzt taucht hier ein grünes Rechteck auf. Sobald jemand in Gefahrengebiet reinkommt, wird das rot. Und da ich jetzt Kinder und Radfahrer fast überhaupt nicht sehen kann im toten Winkel, ist es natürlich sehr vom Vorteil, dieses System an Bord zu haben.